Wie war das, Star zu sein in einem Land, das mit Starkult zu wenig am Hut haben wollte? Ich habe das ganz gut verkraftet, weil ich eben noch so jung war und weil ich mit 20 ans Berliner Ensemble kam und jeden Abend und bei jeder Probe sah, was ich alles nicht kann. Dann kam ich aus dem Theater raus und diese Brandmauern, diese berühmten Berliner Brandmauern, da war ja immer die Reklame drauf und da war ich dann riesengroß und auch mein Name. Und das relativierte sich immer, wenn ich dann auf der Bühne neben der Weigel stand und einen Satz sagen durfte oder wenn ich neben Tate oder Schall die jungen Protagonisten oder wenn ich neben Wolf Kaiser oder Flörchinger oder Gnaas oder wie sie alle hießen, diese wunderbaren Schauspieler. Wissen Sie, da schrumpfte ich aber wirklich wie eine getrocknete Rosine. Das war eine Zerreißprobe, einerseits eine gewisse Popularität zu haben und auch im Jahr zwei Filme zu machen und andererseits auf der Bühne schmerzhaft zu merken, was ich alles noch nicht kann. Aber auch die Hoffnung, wie viel man erlernen kann, wenn man will und wenn man eine gewisse Intelligenz hat, künstlerische Intelligenz, das wie ein Schwamm alles aufzunehmen. Das war eine Zerreißprobe, eine Zerreißprobe.